Ja, bereits morgen steht der Deadline der diesjährigen Transferperiode an und bis dahin haben wir natürlich noch einige Aufgaben zu erledigen und zum Beispiel können wir auch direkt heute vor den nächsten Abgängen stehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt so viel Zeit und starten sofort rein mit News Nummer 1 und sprechen über Luca Wollschläger. Denn Luca Wollschläger könnte laut Reviersport noch in dieser Transferperiode Hertha BSC verlassen und zum letzten in die dritte Liga wechseln und zwar zu Rot-Weiß-Essen. Ich glaube insgesamt wäre das für alle Seiten ein cooler Deal. Wer Luca Wollschläger nicht kennt, den kann ich natürlich sagen, dass Luca Wollschläger ein Talent aus unserer eigenen Jugend ist, der jetzt glaube ich vor knapp zwei, drei Wochen seinen Profi-Vertrag bei Hertha BSC unterschrieben hat und natürlich schon einiges an Spielpraxis bei den Profis sammeln konnte. Er hat zum Beispiel beim Testspiel gegen Cottbus einige Tore erzielt und war schon in der vergangenen Saison Teil des Profikadors. Zum Beispiel hat er beim Relegationshinspiel gegen den HSV in der Startaufstellung gestanden und hat dort natürlich direkt erste Ansätze zeigen können. Er soll jetzt verliehen werden und ich glaube insgesamt wäre das logisch. Für ein junges Talent seines Alters, er ist knapp 19 Jahre alt, ist es wichtig Spielpraxis zu sammeln. Er braucht Spielpraxis und das auf möglichst hohem Niveau und dort bietet sich natürlich die dritte Liga an. Es wäre glaube ich ein cooler Wechsel für ihn. Rot-Weiß-Essen ist ein großer Verein im Ruhrpott und ich glaube es wäre eine gute Liga für ihn, um zu wachsen. Er muss noch einige Entwicklungsschritte gehen, er muss technisch noch ein bisschen besser werden, er muss zum Beispiel aber auch einfach insgesamt Erfahrungen sammeln und dort bietet sich die dritte Liga an, um noch Erfahrungen zu sammeln, um vor allem aber auch den nächsten Schritt zu gehen. Insgesamt wäre der Deal aber glaube ich für alle Seiten cool. Rot-Weiß-Essen würde eine Sofortverstärkung bekommen, um möglicherweise den Fehlstand nochmal auszugleichen. Er könnte sich in einer neuen Liga entwickeln und wir hätten vielleicht in ein, zwei Jahren auch noch etwas von dieser Laie. Denn vielleicht könnte Luca Wollschläger, wenn er sich so weiterentwickelt, wie er sich momentan weiterentwickelt, eine echte Alternative für die Stürmerposition in Zukunft sein. Wichtig für ihn ist aber harte Arbeit und vor allem gute Leistungen bei Rot-Weiß-Essen. Und in der dritten Liga ist es weitaus einfacher für ihn, gute Leistungen zu zeigen, als in der Bundesliga. Wir können ihm definitiv leider keine Spielpraxis anbieten. Dazu ist unser Sturm einfach zu überbesetzt mit Selke, Jovetic und möglicherweise eben dementsprechend auch noch einem Kanga. Haben wir keinen Platz für ihn und in der vierten Liga, dafür ist er glaube ich langsam zu gut und er müsste in der dritten Liga Erfahrungen sammeln. Soviel erstmal zur Wollschläger. Jetzt aber noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da. Und jetzt gehen wir auf ein ganz wichtiges Thema hin und zwar besprechen wir nochmal Christoph Biontek. Denn heute hat es der Kicker und auch bereits schon einige italienische Medien berichtet. Der Wechsel von Christoph Biontek zum italienischen Verein Salantinana ist wohl fix. Der Kurier berichtet, dass Hertha BSC bei dieser Leihe, die ein Jahr laufen soll, weiterhin 60% des Gehaltes von Christoph Biontek übernimmt. Und dass sich Salantinana auch noch während diesem Leihe eine Kaufposition gesichert haben soll, die zwischen 7 und 8 Millionen Euro liegen soll. Ja und ich glaube, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sieht dieser Deal eigentlich wirklich gar nicht so gut aus. Christoph Biontek ist vor knapp 2,5 Jahren zu uns gewechselt für eine Ablösung rund um 24 Millionen Euro. Er bezieht bei uns ein Gehalt in Höhe von 5 Millionen Euro und ist ohne Frage unser Topverdiener. Er verdient rund 2,5 Millionen Euro mehr als das, was Friedi Bobic als eine Höchstgrenze ausgibt. Und das ist schon extrem krass. Er muss diesen Verein verlassen, weil seine Personalkosten für unsere finanziellen momentanen Situationen einfach deutlich zu hoch sind. Nichtsdestotrotz übernehmen wir weiterhin 60% seines Gehaltes und das ist schon einfach insgesamt sehr, sehr viel. Aber ich glaube, dieser Deal, so wie wir ihn momentan abgeschlossen haben, war nahezu alternativlos. Wir müssen eben festhalten, es gibt für Christoph Biontek momentan keinen Markt. Kein Verein hat wirklich Interesse, ernsthaftes Interesse Christoph Biontek zu verpflichten. Denn, wie gesagt, seine Gehaltskosten und Gehaltswünsche sind weitaus zu hoch für seine Leistungen. Und zweitens halt eben seine Leistungen. Seit 1,5 Jahren liefert er nicht mehr ab. Seine letzte gute Station liegt mittlerweile 4 Jahre in der Vergangenheit zurück und beschränkte sich auf eine Halbsaison. Er zeigt seit Jahren keine Leistungen mehr und auch in der vergangenen Saison, als er ein halbes Jahr für den AC Forens gespielt hat, war er einfach nicht gut. Ich glaube, er hat da 3, 4 Tore erzielt in den ersten paar Spielen. Danach ist er aber nahezu komplett untergetaucht und wurde von Arthur Cabral aus der Startaufstellung verbannt. Und das ist insgesamt sehr, sehr schade. Denn das wäre nochmal eine Chance für ihn gewesen, um seinen Marktwert zu reparieren. Aber bei uns ist er momentan außen vor, weil er in das System nicht reinpasst. Und weil er möglicherweise auch ganz genau weiß, dass er den Verein verlassen soll. Wir müssen aber festhalten, wir sparen bei diesem Deal 2 Millionen Euro an Gehaltskosten. Dazu bekommen wir vielleicht noch eine geringe Leihgebühr und können auf einen festen Transfer im Folgejahr hoffen. Der Deal ergibt schon Sinn, aber wenn wir uns die reinen Zahlen angucken, dann ist der Kriegstorf-Björnke-Transfer ein wirtschaftliches Fiasko. Wie viel Geld wir für ihn und inklusive sein Gehalt bezahlt haben, das liegt bei rund 35 Millionen Euro, wenn wir das Gehalt mit dazu rechnen. Und jetzt sparen wir 2 Millionen Euro durch diese Leih. Das ist schon verdammt wenig. Natürlich, es ist kein guter Deal für uns, wenn wir uns die reinen Zahlen angucken. Aber es ist weitaus besser, ihn jetzt zu verleihen zu Salantinada oder was auch immer das jetzt war, als ihn ein weiteres Jahr hier zu behalten bei diesen Gehaltskosten und seiner aktuellen Rolle im Kader. Da wäre ein Wechsel in die italienische Liga für ihn gut, weil jetzt können wir hoffen, dass er dort komplett einstickt bei diesem italienischen Verein, der, ich glaube, so im Rahmen des Mittelfeldes spielt in Italien. Und möglicherweise ziehen dieser italienische Verein am Ende der Saison diese Kaufoption und dann können wir vielleicht 7 und 8 Millionen Euro für ihn einnehmen. Und das wäre wenigstens ein kleiner Trostpreis für diesen insgesamt absolut unglücklichen Transfer. Ich glaube, das reicht auch erst mal für Christoph Biontek, aber keine Frage. Dankeschön für den Einsatz von Christoph Biontek, Dankeschön für die zwei Derby-Tore damals beim 3 zu 1 gegen den 1. FC Union und natürlich Dank für den Einsatz. Ich wünsche ihm insgesamt natürlich alles, alles Gute in Italien und hoffe, dass er dort wieder zu alter Form zurückfindet und dass die Bilder die Kaufoption ziehen. Bitte, bitte. Okay, so, so wie jetzt mal zu Biontek und jetzt gehen wir auch schon zur dritten News des heutigen Tages ein. Und zwar sprechen wir über Augustin Rogel und zwar ist Augustin Rogel, wie wir hier auf diesem Screenshot sehen, wieder in Berlin angekommen. Er wird jetzt zu Hertha BSC gehen. Er steht momentan unmittelbar vor seiner Vertragsunterschrift und damit wird er noch heute bei Hertha BSC unterschreiben. Und vielleicht wird der Transfer noch heute Abend publik gemacht. Da bin ich mal gespannt, was da folgt. Und ich glaube, insgesamt ist Augustin Rogel die interessanteste Personalie, die wir in diesem Sommer verpflichtet haben. Er gilt als Boyata-Ersatz, als Linus-Gechte-Ersatz, solange er verletzt ist. Und er zeigt in Argentinien durchaus akzeptable und brauchbare Leistungen. Und vielleicht kann er auf diese hier in Deutschland aufbauen. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, wie sich der Uruguay bei uns anstellen wird die nächsten Tage und Wochen und hoffe, dass er hier bald auch aufschlagen kann. Denn auch insgesamterweise, interessanterweise, oh Mann, ist Uremovic wieder im Training mit dabei. Und damit herrscht momentan ein kleiner Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. So wie Martin Dardai, Marc Overkamp, Philipp Uremovic und Augustin Rogel, vielleicht sogar Linus-Gechte, haben allesamt Anspruch in der Startaufstellung zu stehen. Und vielleicht tut das unserer Verteidigung insgesamt sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir auch schon auf die letzten News des heutigen Tages ein. Und zwar bahnt sich bei Deo Weisio-Zehvölk ein Vereinswechsel an. Er ist heute vom Training freigestellt und war schon heute gar nicht mehr beim Training von Hertha BSC. Und damit könnte Deo Weisio-Zehvölk heute oder eben auch noch morgen den Verein verlassen. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Bei Deo Weisio-Zehvölk haben wir jetzt, zumindest am Saisonstart gesehen, dass er lange nicht mehr bei uns mithalten kann. Selbst auf der 6, als er auf der Rechtsverteidigerposition, scheint er keine Alternative mehr für Sandro Schwarz zu sein. Und ich glaube, es ist auch verständlich. Er konnte sich nicht mehr bei uns in das System reinspielen, auch wenn er in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht hat. Er spielt beim Bundesliga-Kader keine Rolle mehr. Drei Spiele lang war er nicht mehr bei der Kaderplanung berücksichtigt worden, die Sandro Schwarz angestrebt hatte. Und das heißt, er möchte den Verein verlassen, um natürlich woanders zu spielen. Und das ist natürlich auch absolut verständlich. Ich wünsche Deweisio-Zehvölk sollte er noch in diesem Transferfenster wechseln. Alles Gute. Es gibt noch keinen Verein, der so als Interessent genannt wurde. Wie gesagt, es gibt nur die Info, dass Deweisio-Zehvölk möglicherweise den Verein jetzt verlassen könnte. Und ich glaube, ich gehe davon auch aus. Und ich hoffe, dementsprechend, dass Zehvölk wechselt. Vielleicht in Richtung Kadersfield, vielleicht wieder in Richtung Blackburn oder halt eben in die R-Devise in Richtung Utrecht. Es gibt einige verschiedene Optionen. Ich bin gespannt, wie es angehen wird. Und ich wünsche auch natürlich Deweisio-Zehvölk alles Gute. Auch wenn ich gerne mal Zehvölk natürlich bei uns auf der 6er Position gesehen hätte. Wenigstens nur ein Spiel. Aber nun gut, man kann sich ja nicht alles wünschen. Ich glaube, woanders ist er einfach besser aufgehoben als momentan bei uns. Denn für uns geht es immer noch, wir müssen Einnahmen generieren. Und Einnahmen können wir nur generieren, wenn wir Spiele abgeben. Und das heißt, wir müssen Spiele abgeben. Die Personalkosten senken. Und wenn dort in der R-Devise Zehvölk uns hilft, die Personalkosten zu senken, dann machen wir das. So, an dieser Stelle war es das mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Morgen sehen wir uns natürlich wieder zu einem weiteren Video, zum Deadline-Day-Video. Bis dahin, genießt alle diesen Abend, genießt diesen Mittwoch. Wir sehen uns und tschüss.